so willkommen zurück und ich bin jetzt hier auf europa 3 rauf weil ja auf dem 1 keine ahnung bin ich irgendwie rausgekommen da werden wir dann mal schauen wie viel verkehr hier ist weil hier ist um einiges mehr los als wie auf europa 1 weil auf europa 2 das ist ja etwas ganz voll ich habe mir gedacht nehme ich lieber einen 3er werden wir sicherlich auch gleich dann mehr Mitspieler sehen denke ich mir als wie davor Radar kontrollieren da sind wir gleich in deutschland wie es ausschaut von der tschechei wieder weg wir sind gleich wieder begrüßt hier überall Radargeräte jetzt sehen wir dann wie zufrieden nachher unser kunde ist obwohl er in auflieger 4% schaden hat ja 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 da könnte ja ja cinnamon und ja Vielleicht will er auch raus fahren Um 80 die Ausfahrt nehmen Er hat schon einen Spur oft drauf Der Fahrt geht gleich ruhig weiter Ach wie schön Der Fahrt geht gleich ruhig weiter 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 Da können wir weiter Na bevorste ein Zwei an der Absisterschaft Der Fahrt geht gleich ruhig weiter Der Fahrt geht ruhig weiter Der Fahrt geht ruhig weiter Ich weiß besser zu sehen, als ich das blau und es ist pink. Blitzomaten da. Fast 6 Uhr morgens haben wir jetzt im Spiel. Der fährt auf die andere Seite rauf, also haben wir nicht bei uns. Soll es weinen, wenn die Nacht, wer es kuppert. Nochmal werden wir sie nur noch wenden. Soll es bis zum Aufschlossieren? Soll es nicht stehen. Soll das Bremsen nicht! Soll es wie die Kabel? Ja, die sich ja auf die Kabel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020